Zusammen nicht hingehen, aber das kann jeder individuell mal machen. Wenn man vorgeht bis zum Eingang, bis zu der Straße, da sieht man diese Palmen am Eingang, da ist die Mönchsittiche. Wenn man da mal vorgehen möchte, zwischen den Touren, kann man hier den Weg langgehen bis zur Straße. Bis zum Abzeuge der Straße. Und wie gesagt, da nissten die Mönchsittiche in diesen Palmen oben. Ja, das kann man hingehen.